Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Dauern. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Dauert, dauerte, hat gedauert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich dauere, du dauerst, er dauert, wir dauern, ihr dauert, sie dauern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich dauerte, du dauertest, er dauerte, wir dauerten, ihr dauertet, sie dauerten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gedauert. Du hast gedauert. Er hat gedauert. Wir haben gedauert. Ihr habt gedauert. Sie haben gedauert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich dauere. Du dauerst. Er dauere. Wir dauern. Ihr dauert. Sie dauern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich dauerte. Du dauertest. Er dauerte. Wir dauerten. Ihr dauertet. Sie dauerten. Den Schluss macht der Imperativ. Dauere du. Dauern wir. Dauert ihr. Dauern sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbdauern. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.